Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein paar Schädelspalten anzunehmen bei Sal Salavim in Shadrath an dieser Position. Shadrath liegt in den Wäldern von Tevokav im Nordwesten. Rechts unten im Bild seht ihr die Koordinaten, wo ich mich befinde, zu jeder Zeit eingeblendet. Vor Quest war Geduld und Verständnis. Bei dieser Quest soll man ein paar Gegner halten, töten, verhauen, unter anderem Walik. Dieser Walik ist gleich daneben, quatschen wir ihn mal an. Die anderen Gegner sind verteilt in der Scherbenwelt, da werde ich eine kurze Unterbrechung dann machen und zu jedem hinfliegen und euch zeigen, wo diese Gegner sind. Oder vielleicht sind es sogar NPCs, weiß ich nicht. Und keine Sorge, ich werde euch immer den Weg zu den Gegnern ein bisschen erklären. Ihr werdet sie auf jeden Fall finden. Ja, Walik hat man gesehen, im selben Gebäude, wo man die Quest angenommen hat. Dieser dicke Ogre. Lootern und wir haben Walik's Kulden. Nun geht es weiter zu Kuschkusch. Oder zu Kuschkusch. Ich werde wie gesagt jetzt eine Unterbrechung machen und sobald ich in der Nähe bin, melde ich mich wieder bei euch. Also nicht wegschalten. Bis gleich. So, ich bin in der Nähe von Kuschkusch. Bin also aus Schadwart hinaus geflogen. Dann geht es diesen Weg hier entlang. Also, von da komme ich. Und er ist gleich in der Nähe von diesem Übergang zwischen Feldern von Tevokav und Zangern marschen. So, da ist dieser Kuschkusch. Anquatschen und bekämpfen. Lootern, ganz wichtig. Das sind auch schon die Schulden. Und jetzt wieder eine kleine Unterbrechung. Begebe mich zu Florn. Und sobald ich in der Nähe bin, werde ich, genau wie bei diesem Kuschkusch, mich wieder bei euch melden. Nicht wegschalten. Bis gleich. So, ich bin in der Nähe von Florn. Der müsste sich irgendwo hier aufhalten. Ah, der patrouilliert ein bisschen. Und es sind auch Feinde in der Nähe. Da tötte ich zuerst die. Weil die werden bestimmt Edden. Und Florn wird mir bestimmt auch nicht einfach so seine Schulden überlassen. Wurde er geheilt? Keine Ahnung. Dort dann auch diese Mop töten. Und ja, ich mache hier auch gleich die Mop auf. Florn ist an dieser Position, beziehungsweise in diesem Gebiet. Aber wie ihr seht, der patrouilliert ein bisschen. Deshalb Gebiet. So, gleich mal anquatschen. Okay, und wie gedacht, will er auch kämpfen. Na gut, kein Problem. Ach, das ist ein Gast, der rumkant rosten. Und wieder nicht vergessen, Lootern. Quest ist jetzt bereit zur Abgabe. Ich werde ein letztes Mal eine kurze Unterbrechung machen und mich melden, sobald ich beim Abgabe-NPC bin, beziehungsweise in der Nähe. Also nochmal nicht durchschalten. Bis gleich. So, hier laufe ich nach Schadrat hinein. Also an dieser Position laufe ich über diese Brücke. Und weiter geht's. Da ist der Flugpunkt, deshalb bekannte, sollten wir ja schon kennen. Dann hier runter und in dieses Gebäude hinein. So. Quest ist abzugeben bei Sal Salabim. In Shadvat an dieser Position. Und wir wissen es, Shadvat liegt in den Wäldern von Devokav im Nordwesten. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns auch da. Heizocke. Ende. Teh!